Wie geht es darum, einen Exorcismus zu bekommen? Bege ich Ihren Entschuldigung? Wenn eine Person von einem Dämon oder so ist, wie können sie einen Exorcismus bekommen? Es ist einfach nicht mehr passiert, Ms. McDowell. Ja, das kann ich sagen. Wir sind ein bisschen vor der Krise, von Kapital, eine Überlebensstrategie und es bleibt voll dabei, geschossen sind eins zu eins. Sind wir bereit? Trägen die Kämpfe auch in Alltag? Gewalt, was machen Sie? Schau dir doch mal die Welt an, überall verdienen Sie was dabei. Der Novati-Chef hat 27 Millionen und ich geh 22 auf die Stunde. So geil, der Kapitalismus sieht aus, als wäre es auf der Welt das muss. Kämpfen wir dagegen, lassen wir es regnen, neue Träume braucht das Land, der Kampf bleibt immer gleich, etwa vor 100 Jahren oder heute. Die Umstände sind anders, Aufgaben werden wir nie und wir sind auch alle dabei, bezahlen sollte man jeden Tag, sie ist echt ein Block. Es wird stehen da bald vor der Tür, viele verlieren alles passiert, darum regieren wir geschwind. Gehen wir zusammen auf die Strasse, neue Träume braucht das Land. Liesest die Medien, sag ich sie, du bist doch selber geschuldet, in einer Armutsverschärfung, sie sind bald, sie sagen ja, und lassen wir ihnen kein Geheimnis holen. Andere Länder kämpfen mit der Waffe, da mit ein paar Steine, ihre Treffen wollen wir für selber und einfach reinhauen. Neue Träume braucht das lange, neue Perspektive zu Leute kommen. Und nicht bleibe stolz, sieht's aus, als wär der Kapitalismus der Blog, nein, nein, meine weg, sie ist ein Scheiss, mit einem ganz Eis, wir werden alles probieren, sie am Boden transferieren, denn das Volk sind wir, sie sind nur ein Paar in der oberen Reihe, wie ich reihe, weg mit den Chefen, wir wollen selber in die Tanne und übernehmen selber die Oberhand. Steigende Preisen ab Strom, Miete, Lebensmittel zahlen, seht man immer für sie. Generationen und Generationen, ein Verbrauch zum Schaff und nicht, ich sag euch was los, ich nicht spalte und verwalte euren Ohren, acht über die Wachung vorantrieben, nicht viel ist übrig geblieben, doch sie ist ein Vlog gesehen, haben das nicht gesehen, wir werden zu Kriege und bekriegen mit ihrem Psychoterror, denn die wahren Terroristen, da sind sie doch Serre und das wäre jetzt auch gewesen, mit dem Lied mit einem Rap, hat der Scheissdreck, wo laufen, mit den Störmen zusammen da auf die Stroh. und wir brauchen das Land. Sie reden vor der Krise vom Kapital, eine Überlebensstrategie und es bleibt wohl dabei, die Chancen sind eins zu eins. Sind wir bereit, rege den Kampf in den Alltag, wer das machen Sie? Geht das machen Sie? Schau dir doch die Welt mal an, überall verdiene ich jetzt was dabei, dann erwarte die Chefen, ziehe mir 20 Billionen, ich geh 22 auf die Stunde. So geil, der Kapitalismus sieht aus, als weiss auf dieser Welt es muss, kämpfen wir dagegen, lassen wir es nur regnen. Neuträum braucht das Land, der Kapit, immer gleich auch die Räume, oder hohe die Umstände, sind vielleicht doch etwas anders, und es geht mit mir nie, und wir sind alle dabei, zahlen sollten wir jeden Tag, es ist echt ein Blau-Bull, das wirst du doch auch gar nicht vor der Türe. Viele, 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 wir werden alles, wir regieren immer geschwind, gehen wir zusammen auf die Strasse, mit Träumen durch das Land. Hey, schau dir das mal an, was alles abläuft, es ist nur alles ein Rack gegen den Scheiss, Dreck gegen die Stimmen, da noch schneller, als wir können, und rennen, 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 für die Freiheit, lassen wir alle aus, auch aus den Gefängnissen, es soll alles Lösungen geben, es soll alles Lösungen geben, es soll alles Lösungen geben, oder den Tamilen, alle Säle frei sind so schnell wie es geht. Yeah, es ist der Rap, und ich höre langsam auf, das ist der Rap gegen den Scheiss, Dreck zu sehen, sie reden vom Kapitalismus, sie reden vor der Finanzkrise, es kommen wir in den Tag, ich kann schon sagen.